So, jetzt reicht's mir, jetzt reicht's mir. Runter da mit dir, weg da und stirb. Ah yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last Team Standing. Das ist jetzt schon die 16. und ich gehe auf den Server rauf und wer ist hier oben? Natürlich niemand. Es gab bisher keine weiteren Kills und, toll, wartet ganz kurz Leute, ich muss noch kurz meinen Sound umstellen, der ist noch auf den Boxen. Ich verlagere ihn jetzt schnell auf meine Kopfhörer, so, super, finished. So, weiter geht's. Ähm, ja, was brauchen wir denn da jetzt? Und zwar, ich habe ja heute gesagt, ich möchte eigentlich gerne in den Nähter gehen, da ich ein bisschen, da schon ein bisschen Dings brauche. Äh, nee, genau. Wir holen uns jetzt erstmal Kühe, ähm, denn, dann, daraus bekommen wir Leder, dann bekommen wir Bücher und daraus können wir dann die Sachen, so gut wie es geht, zumindest verzaubern. Deswegen schaue ich mich hier ein bisschen um, ähm, wenn wir Schweine sehen, dann nehme ich die natürlich mit. Ich lecke es aber ein bisschen. Nee. Nee. Hat nur getäuscht. Nicht vergessen, das da ist meine Stadt. Ähm, ich hoffe, dass hier irgendwo in der Nähe überhaupt noch Kühe sind. Wir haben ja einiges hier ausgerottet und wir hätten vielleicht eventuell zwei Kühe, ähm, zurückhalten sollen, damit das Ganze hier nicht in irgendeiner Weise schief geht. So, gut, dann esse ich das jetzt mal. Ja, geil. So, und das Schwein hier töte ich auch mal. Oh, jetzt habe ich die Zeit wieder nicht im Überblick. Moment. Einfach kurz bei meinem Handy in den Timer stellen. Ähm, ich denke, ich nehme jetzt so zwei Minuten auf. Stelle ich den Timer auf zwölf Minuten. So, gut, er startet jetzt. Ähm, 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 ach ja. Ich glaube, hier sind gar keine Kühe mehr. Ich glaube, hier sind echt gar keine Kühe mehr. Kann man sonst noch hier in irgendeiner Weise irgendwie Leder herstellen? Ich weiß das nämlich nicht. Ich gehe jetzt mal in die Richtung und gucke da ein bisschen. Weil Leder haben wir wirklich gar keins mehr, denke ich. So ein bisschen kacke. Leder ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Faktoren. Ähm, wenn es ums Verzauberung, wenn es ums Verzaubern geht, genau. Denn, ja, aber ich glaube, in dem Wald hier sind Kühe. Da habe ich so ein Gefühl. Weil das ja auch der Weg zu Stadt Blau ist. Und ich glaube, das sind, doch, das müssen Kühe sein. Nicht vergessen, wo ich hinlaufe. Nicht vergessen, liebe Leute, ja. So. Dann ziehe ich mir hier mal Brot rein. Okay, hier ist also der Spawn. Gut. Also vom Spawn, das markiere ich mal kurz. Da mache ich dann so, Moment. Ja. Vom Spawn. Oh. Zack. Zack. Äh. Zack. Kann man das als Pfeil nehmen? Okay. Auf jeden Fall in die Richtung geht es dann, wenn ich beim Spawn bin. Dass ich mich ja nicht verlaufe. Immer schon noch nur mal sicher gehen. Aber ich glaube, hier bei dem Wald da oben, da sind Kühe. Ich glaube das zumindest. Weizen hätte ich dabei. Also ich könnte schon eine Kuh mit nach Hause nehmen. Das könnten wir mal machen. So eine kleine Kuhfarm. Bin ich jetzt hier einmal im Kreis gelaufen. Ja. Es sieht so aus. Hat der irgendwie eine Kiste gelockt oder so? Ja. Mann. Ich kann jetzt noch mal nachgucken, ob wir tatsächlich wirklich gar kein, ähm, äh, ähm, tatsächlich gar kein Dings mehr haben. Stopp. Ich nehme auf. Bitte leise sein. Ähm, ob wir tatsächlich gar kein Leder mehr haben. Aber es sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Achso. Ich kann jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo wir sonst noch Leder herbekommen können. Aber ich hätte noch eine Idee. Und zwar hier oben. In die Richtung. Hier gibt es ja auch Wälder. Und ich glaube, Kühe, die mögen Wälder ganz gern so. Ja, ja. Und da könnten wir auch mal einfach so eine Runde nachgucken. Hallo? Nein. Sieht nicht so danach aus. Ich laufe jetzt einfach mal in eine komplett andere Richtung. Okay, Leute. Weil es bringt uns ja nichts, wenn wir uns Level holen, wenn wir nicht mal Kühe haben. Ich versuche irgendwie so zwei Kühe zusammen zu drommeln. Und die dann irgendwie mitzunehmen, wenn das irgendwie klappt, so wie ich mir das vorstelle. Oh, das ist ja eine schöne Höhle hier. Da fühlt man sich als Höhlenmensch wieder total wohl. Hier irgendwie richtig geil. Alter, das ist ja eine richtige... Creeper. Creeper. Okay, ich habe ihn zum Glück noch schnell getötet. Ähm. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie Kühe sind. Aber es kann ja auch sein, dass mich mein Gefühl bedrückt. Und dann wäre das nicht so geil. Aber es kann ja auch sein, dass das nicht so geil ist. Ähm. So. Ne, hier ist nur ein Schaf. Hier ist ein Schwein. Aber keine Kühe. Das kann es ja nicht sein, oder? Ne, hier ist einfach keine Kuh. Die haben wir alle schon ausgerottet. Ach, Mann, Leute. Ich möchte ja eigentlich nicht irgendwie die ganze Diamanten verschwenden, damit wir dann auf das Diamantschwert, zum Beispiel jetzt, wenn wir das jetzt verzaubern, und da kommt jetzt zum Beispiel kein, ähm, kein Schärfe raus. Dann wäre das ja auch ein bisschen Verschwendung, meiner Meinung nach. Und wieso sind wir hier am Abend hier draußen? Das ist mega gefährlich. Aber ich denke mir so, aber ich denke mir so, YOLO, scheißegal. Ich kann dann schon wieder irgendwo rum. Aber wenn hier Kühe sind, die töd ich. Die nehme ich nicht mit. Das ist einfach, ähm, ein zu weiter Weg sonst. Au. So. Hier sind Schweine. Das können wir uns auch mal mitholen. Ach, du meine Kacke. Das ist jetzt echt dumm. Also das ist hier jetzt, ach, warte. Ich hole mir mal ganz schnell drei Wolle. Dann könnte ich ja im Prinzip mir schnell noch ein Bett craften. Habe ich eine Crafting Bench dabei? Nein. Hm. Auch egal. Oh, da oben ist ja eine richtige Versammlung. Ja, geil. Hallo, Leute. Ähm, nee. Ich brauche jetzt unbedingt und unbedingt und unbedingt und unbedingt Kühe. Äh, hör auf. So. Also Level bekommen wir da jetzt genug. Dann ist das ja gleich beides. Das ist zwei in eins, würde ich jetzt mal sagen. Und im Notfall, Leute, wenn ich mich verlaufe, ich habe meine Koordinaten noch am Handy. Die finde ich dann schon noch. Das finde ich dann schon noch. Aber Kühe muss ich finden. Kühe. Kühe. Bitte, Leute. Lasst mich einfach nur Kühe finden. Bitte. Das kann es ja nicht sein. Aber hier, ich denke ich auch nicht, dass hier irgendwo Kühe sind. Sieht hier ein bisschen so unscheinbar aus. So. Aufpassen. Zack. 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 Perfekt. Au. Was leuchtet denn hier unten so? Hä, wieso leuchtet das Wasser denn so? Was? Wieso leuchtet das denn? Was ist denn da drüben? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hm. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt ehrlich gesagt keine Kühe finde und das macht mich, das zerstört gerade mein, mein, mein fucking Gehirn. Wow. Aufpassen. Aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. Nein, nein, nein. Aufpassen, aufpassen. Aufpassen, Leute, aufpassen. Eine Runde aufpassen, bitte. Ähm, nee. Ich finde hier gerade echt keine Kühe. Das ist ein bisschen doof. Laufen wir die ganze Folge nur rum und suchen Kühe. Super, geil. Muss schon sagen. Daumen nach oben. Könnte ein bisschen leiser sein. Danke. Meine Brüder, die flüstern hier gerade. Ähm. Ich dachte schon, der, der, dieser Erdblock, da ist eine Kuh. Toll. Guckt. Ich, ich, ich verwechste jetzt schon Erdblöcke mit Kühen, weil ich schon so, ähm, ich bin ja nicht, ich bin jetzt schon nicht mehr normal. Ich, ich drehe schon vollkommen am Rad. Ähm, bald haben wir auch nichts mehr zu essen. Das ist natürlich scheiße. Richtig dumm. Ähm, ich gehe jetzt trotzdem noch in die Richtung, denn ich muss Kühe finden. Vielleicht am besten so eine richtig große Herde, so mit 10, 20 Stück. Das wäre schon, das wäre schon was, ja? Was ist das überhaupt für ein Biom? Das sind lauter nur solche Kuppeln. Aber so eine Kuppel würde mir auch gefallen, wenn ich da dann leben würde. Würde mir sogar sehr, sehr gut gefallen. Aua. Ey, du schießt nicht auf mich, du Hurensohn. Alter, ich bin jetzt fast gestorben, Alter. Was geht hier los? Ähm. Och, nee. Oh, das nervt mich jetzt ein bisschen, dass wir keine Kühe haben. Oh mein Gott, Leute. Wir werden nie in meinem Leben wieder Kühe finden. So, schnell was essen hier. Jetzt müssen wir schnell weiter. Hier sind keine Kühe. Ernsthaft. Die wurden wirklich alle ausgerottet. Und wenn ich eine einzige Kuh finde, dann hilft es mir auch nichts. Dann droppt die wahrscheinlich nicht mal ein Leder. Naja, dann kann ich mir sowieso schon die Kugel geben. Nein. Wir brauchen einfach... Oh, da ist ein Endament. Den möchte ich jetzt... Den möchte ich töten. Wo ist er? Oh mein Gott! Ich sehe ihn nicht. Wow. Hat der irgendwas Geiles getroppt? Nee. Hat er wieder mal nicht. Hier ist ein Creeper. Den hole ich mir auch noch. Zack, 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 zack. Ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. Da war ich... Ich glaube... Ich glaube... Oh, scheiße. Ich muss echt mehr aufpassen hier. Ich glaube, ich muss echt mehr aufpassen hier, was ich hier so mache. Das ist nicht so gut. Aua! Schießt mich nicht an, ihr Missgeburten. So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Runter da mit dir. Weg da und stirb. Nee, das geht doch nicht so. So kann doch nicht weitergehen hier. Äh, nee. Jetzt kann's dann auch bald mal wieder Tag werden. Meiner Meinung nach. Und Kühe sollten wir auch noch finden. Genau. Das Ziel, eine Kuh zu finden. Das ist unser Ziel, genau. Bin ich vergiftet? Ja, ich bin vergiftet. Toll. Ich bin vergiftet. Yeah! Yeah! Ich bin vergiftet. Yo, yo. Ey, wie scheiße ist das denn? Dass wir wirklich null Kühe finden. Gar nichts. Man findet einfach keine Kuh. Ey! Du brauchst mich gar nicht anwissieren, ja? Hä? Lol. Es sah jetzt ein bisschen komisch aus, wie der umgefallen ist. Auf jeden Fall suche ich jetzt noch ein bisschen weiter. Ich hoffe nicht, dass der Timer jetzt schon klingelt. Denn das möchte ich nicht. Alter, wo ist er? Ich höre ihn, Alter. Aber ich sehe ihn nicht. Was guckst du so? Du Kasper. Und wieder keine Enderperle. Oh, ich wünsche mir so eine sehr eine Enderperle. Alter Leute, das ist ziemlich... Scheiße, wenn wir hier keine Kühe mehr finden. Ne. Ich finde nämlich keine Kühe. Und jetzt läuft auch schon mein Timer ab. Na toll. Die 15 Minuten sind um. Super. Und was haben wir in der Folge erreicht? Gar nichts. Also, dass wir das gebratene Eisen aus dem Ofen getan haben. Super, Leute. Super, Leute. Ich muss schon sagen. Ich gucke jetzt noch ganz kurz, ob da vielleicht wirklich irgendwo noch eine Kuh lummer hat. Nein. Oh, wenn ich jetzt noch sterbe. Nein. In den letzten paar Sekunden. Dann rege ich mich so auf. So. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war es jetzt einfach mal von dieser Folge hier. Das war es von dieser Folge. Die müsste heute eigentlich tagesaktuell noch hochkommen. Das heißt, ihr habt heute wahrscheinlich am Vormittag die Monster-Runde gesehen. Und dann am Abend hier eine schöne Runde Last Team Standing. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann ein paar Kühe finden. Das wäre meiner Meinung nach zumindest sehr cool. Ja. Ich hoffe es zumindest, dass wir Kühe finden. Denn sonst hat mein Leben echt keinen Sinn mehr. Also nie, Leute. Ich werde einfach jetzt mich hier ausloggen, sobald ich hier oben am Berg bin. So auf einer schönen Fläche. Ich kann nicht mehr... Ich kann mich nicht mehr ausloggen. Ich kann nicht mehr aufhören damit. Ich muss einfach Kühe finden. Ja, wir finden hier sowieso jetzt keine. Also Leute, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like da. Wir sind einfach 15 Minuten lang unnötig durch die ganze Welt gelaufen und haben Kühe gesucht und keine Kühe gefunden. Ich werde jetzt mal in der Konfi schreiben, ob irgendwer für mich Leder hat. Und dann werde ich in der nächsten Folge, so schnell wie es geht, wieder nach Hause flitzen. Und dann würde ich sagen, war es das. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr in den Komi schreiben. Und ich würde sagen, das war es. Habt rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.